Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let'ssack. Ich merke schon wieder, es gibt sehr viele Menschen, die Kevins mögen. Ähm, ja, muss ich dazu auch nicht sagen. Niemand möchte Kevins in seinem Team haben. Zum Glück habe ich ihn nicht in meinem Team. Eigentlich wollte ich so machen, dass ich alleine in einem Team bin. Ich bin einfach in dem Team gelb gejoint, als noch niemand drin war. Aber dann sind ganz viele Leute nachgejoint und ja, schade. Wie gesagt, eigentlich wollte ich alleine im Team sein, damit ich halt alleine die ganzen anderen Teams racken kann. Und jo. So, wir gehen dann schon mal zum Reisen rüber. Reicht das überhaupt? Ich hoffe es ist einfach sehr gut. So, 6 Reisen reicht auch schon aus. Wir brauchen ja nur 3 für Rüstung und 3 für Schwert. Die Rüstung. Zack. Und da kann man sich gar nicht anlegen. Autorama erledigt das schon für mich. So. Ein bisschen Sandstein. Einfach nur low Spitzhacker. Und Rüst für Essen. Ich glaube die Runde wird schnell sein, also werde ich einfach danach noch eine Runde aufnehmen von Survivor Games oder sowas. Niemand hat mich bis jetzt bemerkt. Sehr gut. Das heißt... Das war easy. Einfach Beste aus dem Leben kaufen. Eintragen. Eintragen. Zack. Kevin ist afkar. Und Hesh guckt einfach nicht in die Richtung, obwohl sein Bett schon einmal kaputt ist. Nein. Kein Kommentar zu. Holen wir uns noch ein Beste aus Schwert? Ja, ja. Gönnen wir uns. Gönnen wir. So. Schwert. Eben schnell das Beste gegönnt. Ähm. Dann hole ich noch einen goldenen Apfel. Und eine Spitzhacker. So. Sehr gut. Oh Gott. Wie viel Eisen. Brauch ich aber das nicht. So. Oh Gott. Wie viel Eisen. Brauch ich aber das nicht. Praktikal. Haben wir eh gewonnen. So. Und jetzt noch den letzten töten. Na der ist auch da drüben. Easy, sehr schön, lol, ok, das habe ich auch noch nie gesehen. Gut, dann sehen wir uns gleich noch in der Runde Survival Games, weil 4 Minuten ist ein bisschen zu kurz. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier in einer kleinen Runde, äh in einer kleinen schnellen Runde Quickass Game. Sollte relativ easy werden, Hauptsache wir finden ein Schwert relativ schnell. Dann sollten wir keine Probleme haben, sehr gute Steinschwert, easy win. Nice. Ach ja, aber man kriegt ja jetzt sogar Regeneration, wenn man jemanden tötet. Schön, dass Gombos es uns noch einfacher macht, bzw. die Leute, die seinen Server machen. Der hat übrigens gehackt. Aber egal, wir gewinnen trotzdem. Komm her, scherz schon. Es sind relativ viele sogar noch die am Leben sind. So, nice. Und weiter. Ich habe keinen Kompass, leider. Es kommt in meine Arme. Ich tue euch auch ganz sicher nichts. Diese Map ist so groß für Quickass Game. Ach du Scheiß, hast die riesig. Der Glow-Reiche. Das ist ein Gehirn. Oh, sehr schöner Schuss. Ich finde es aber auch schön, wie Gombos auch wieder gemacht hat, dass man Lock hiten kann. Das ist natürlich hilfreich. So, das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Oh Gott, stirb. Easy. Sehr schön. Dann haben wir jetzt eine Runde Bad Wars und Survival Games und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Und ja. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen und so. Und nochmal danke für die guten Bewertungen. Genau auf meinem Kommentare-Video von den Kevins und so. Da habe ich irgendwie in kürzester Zeit 19 Likes und nur 3 Dislikes bekommen. Und es freut mich dann immer wieder, wenn ich so viele gute Bewertungen bekomme. Und jo, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.